hallo und willkommen zurück hier bei myst 3 exil es geht weiter ihr habt entschieden und es wird jetzt durch gespielt teil 1 laden tut mir leid dass das spiel tut mir leid dass das spiel jetzt erst kommt aber es ging nicht anders weil ich habe momentan so viel um die ohren müsst ihr euch einfach mal gedulden aber jetzt ist es da so jetzt gucken wir doch mal also ich habe auch gemerkt dass euch das spiel sehr gut gefällt was ist denn das da hier und deswegen mache ich das jetzt auch so wir gehen jetzt noch mal hier zu diesen lampen zu diesen drehbaren jetzt muss nur mal gucken wie ich da hinkommen also was haben wir denn was müssen wir denn noch machen da geht sich hin mist gehen wir da hin ich habe doch die schon gedreht oder warte mal so da hoch ähm ne 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 warte mal warte mal warte mal noch mal runter also hier geht es lang es ist noch dieser weg ne genau gut gehen wir hier hin da runter genau ah ja okay das hammer so hier fehlt was eigentlich wahrscheinlich so ein drehteils dings bums aber wo ist der das ding sieht genauso aus wie das wo ist das puh ähm also das da tut schon mal da drüben beleuchten also das haben wir schon mal ah ja okay also hier fängt es an nochmal ach hey kann man da auch so reden ne hallo mach mal licht an was denn jetzt los was hab ich getan ah jetzt okay also das da scheint das an genau richtig dann geht das da dann rüber das heißt der da scheint das da an oder oder nicht ich glaube schon oder genau der scheint das an jetzt muss aber der da der da drüben anscheinend oder nicht machen wir jetzt mal mit dem grünen das ist der da hinten oder warte mal wir drehen er mal wo guckt er jetzt hin ne 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 da hin nicht jetzt ne auch nicht falsch 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 jetzt wieder da hin wenn ich jetzt aber hier dreh dann geht er wohin dorthin das wollen wir aber nicht jetzt drehen wir nochmal ne das ist nix okay also hier mit dem grünen das heißt wir müssen da rüber aber die frage ist wie komme ich denn da hin gute frage nächste frage oh wei komm ich denn da hin ähm mach ich denn das jetzt geht's da hin wo sind wir jetzt ach da unten okay dann laufen wir jetzt mal da lang ja geht nicht danke was wenn ich hier unten lang gehe ich muss zu dem ding was oben grün ist hier entlang oder oh oh hier ist auch ein weg cool das kann ich ja noch gar nicht okay ha geil okay ne es ist gelb das ist falsch aber es ist trotzdem gut weil wo bin ich jetzt warte mal gelb 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 okay dann nehmen wir das da mal dann drehen wir das mal rum das zeigt auch wieder woanders hin okay dann drehen wir das das zeigt auch woanders hin das ist falsch und jetzt ja das scheint jetzt zum roten okay das ist gut dann können wir jetzt nämlich dorthin laufen da hinten hier hoch genau jetzt den da drehen der scheint nämlich auch woanders hin na warte das schaffe ich noch genau jetzt scheinen wir zum roten gut alles klaro also das haben wir jetzt schon mal gut dann müssen wir jetzt darunter hier runter genau ich bin richtig ja muss ja hier genau hoch nicht darunter hierüber genau hierhin und dann da hoch zack so okay jetzt sind wir hier oben sehr schön so der zeigt nämlich auch noch woanders hin den drehen wir auch mal rum nein na hallo und drehen so der scheint jetzt zum grünen hin das heißt der scheint den an okay jetzt gehen wir hier rüber wie geht denn das hallo hier runter achso hier hier runter okay gut und auch mal hier hoch und da hoch genau weil der scheint an nämlich auch noch woanders hin drehen wir auch mal rum oh so wo scheint jetzt dahin ich hab keine ahnung keine ahnung wohin gucken wir mal ah ja okay da scheint woanders äh der scheint zum roten okay haben wir jetzt noch eins vergessen oder wird hm wo scheint jetzt der hin da hinten denn höh näh näh Cant zum roten jetzt gehen wir nochmal durch der schein zum roten da muss der rote worden das hinscheiden weil sonst begegnen die sich ja dauernd wenn man nur gucken alt ist kompliziert so der rote scheint wohl zum grünen aha das heißt der muss woanders hinscheinen zum gelben ja eben so jetzt gelb jetzt merken uns gelb ja gelb 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 so jetzt merken wir uns gelb ja gelb merken so merken uns jetzt gelb und zwar den da so ok da scheint hier wieder zurück das machen wir nicht wo scheint er jetzt hin zur seite gehen zu lila ok da muss der zum lilanen hin ok dann muss der lila ne auch wieder wollen das hinscheinen roten wieso zum roten rot haben wir doch schon oder mal was haben wir jetzt wieder rot gelb 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 wieder rot warte mal der rote der sollte den da eigentlich anscheinend was ist das gelb oder was ne gelb haben wir schon das ist nicht wieder gelb das ist der lieder noch ach du meine güte oder mal oben ist auch einer so das ist ein roter ok dann scheint der zum lila nennen das drehen wir den mal wo scheint er jetzt sind ins meer da wollen auch ins meer ach du meine güte was ist denn das jetzt ach so da muss er hinscheinen oder was also hier ist der ausgangspunkt oder wie steht das jetzt richtig wo ist denn das also das ist der ausgangspunkt hier unten das heißt dass das scheint ist da unten an oder was oder wie aha das heißt dann muss das da den anscheinend gehen ach du meine güte soll ich mir da noch eingelassen warte mal also der da ist ausgangspunkt bei der brücke von dem ding da gut dann gehen wir mal hier nochmal rüber alter ist das krass der da scheint den an und zwar den roten das prüfen wir nochmal nach nein tut er nicht ok dann drehen wir mal kurz so erscheint jetzt mehr wollen wir nicht jetzt hat ne immer noch nicht hallo ja genau jetzt ok der scheint zum roten gut dann muss der da da muss der nächste zum lila entscheiden das ist dann der da so das check mal lila 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 hoch im weg nee drehen zum lila nennen jetzt auch nicht du musst da hinscheinen doch oh gottes willen jetzt hat ok der scheint jetzt zum lila nennen gut dann muss der nächste zum gelben scheinen das heißt der da drüben zum gelben 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 ich muss da runter also zum gelben meine güte alt ist das ein spiel so der jetzt zum gelben genau so drehen wir mal na wo scheint er hin ach bitte jetzt ne felsen zum gelben komm hallo zum gelben hab ich gesagt nein nicht nochmal drehen himmelherrschaftszeiten der ist zum roten der ist zum roten zum roten der soll aber zum gelben scheinen ne hä der da muss zum gelben ach ich bin ganz falsch da hoch muss ich da hin der muss zum gelben huch sich hier mal ins auge blinden ja der muss zum gelben ja genau oh man also der zum gelben dann muss der da drüben zum roten so der muss zum roten jetzt haben wir es gleich jetzt haben wir es gleich so jetzt schauen wir mal der muss zum roten ne haben wir gesagt ja genau so der scheint zum roten hin dann scheint es doch weiter oder jetzt haben wir es wenn der zum roten hin scheint dann scheint es doch weiter oder ja natürlich natürlich der scheint dahin dann scheint der wohin zum gelben ne ja passt doch drehen wir den nochmal das muss dann überscheinen ich kenne mich fass dich mal aus warte mal jetzt gehen wir nochmal runter geht es nur hin hier hier rüber so ok der scheint den an genau dann muss der da rüber oh ich glaube ich habe es richtig oder ja dann ist der falsch der ist falsch nee der scheint doch der scheint den an dann scheint der wieder da hin ja genau 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 oh habe ich es jetzt richtig sind wir darüber zur Brücke und zwar zu dem da genau ja genau jetzt scheint der auch der scheint nämlich dorthin das heißt zu dem da hinten da richtig hallo ja dann passt doch jetzt oder oder jetzt wenn ich wenn er mal von da das Licht kommt dann muss doch das da hinfallen oder warte mal warte mal boah ich bin grad mitten drin der da muss warte mal der muss darüber scheinen genau ok also der da muss darüber scheinen und zwar hier hin macht er ja das macht er ja und der an der Brücke da muss der darf aber nicht dorthin scheinen oder ne 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 nicht ans Meer oooohh wieder ans Meer ah jetzt jawoll jetzt jetzt gehen wir hin jetzt gehen wir hin ich glaube ich habe es geschafft Moment wo geht es jetzt da hin hallo äh äh wie lange muss ich ha Moment äh wo muss ich nochmal hin ich muss da hin genau muss ich hier lang da runter hier 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 äh da unten ne quatsch Warte mal. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Bin ich jetzt richtig? Oh, ich weiß es nicht. Hier? Ich müsste mal da hin. Aber ich glaube, ich bin richtig. Okay, okay. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Ja. Jetzt hier. Jetzt da hinten. Da hinten. Oder wie auch immer. Ne, hier, oder? Hallo, ich müsste mal da hin. Wo komme ich denn da hin? Oder wie komme ich da hin? Ist ja blöd. Wie komme ich da hin? Warte mal. Ich muss da hinkommen irgendwie. Ah, hier. Da geht's runter. Haha. Hier hin. Okay. Das erkunden wir beim nächsten Mal. Und dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Also bis dann. Tschüss.